Hallo und Willkommen zurück zur nächsten Runde von Let's Play Strande 2 wo wir heute weiterhin versuchen zu überleben indem wir hier den Maladen das letzte Mal war ja dann so ein... ja genau da hatte es ja geregnet und unsere Nahrung ging zur neige und als nächstes versuche ich erstmal die Hütte hier fertig zu bauen was aber trotzdem noch ein ganzes Stück dauern dürfte weil ihr seht ja 20 Baumstämmen ist doch allerhand ha und dafür müssen wir dann auch noch einige Bäume umholzen und wenn ich jetzt hier aber Hunger nimmt davon nie ab okay und das Geld wird wird natürlich wie sollte es auch anders sein dann gehen wir doch noch mal ein bisschen auf Jagd würde ich jetzt sagen dann gehen wir doch noch mal ein bisschen auf Jagd würde ich jetzt sagen das ist doch mal schön hat doch gut geklappt naja gut sammeln wir erstmal hier alles auf zack zack so und dann holzen wir hier erstmal wieder Bill ab ach halt quatsch ich wollte noch was anderes machen vorher wo ich jetzt hier abholze baue ich mir immer noch ein paar Werkzeuge mal gucken ob ich das hinkriege wie gesagt es ist lang her dass ich mal gespielt habe ich bin mal gespannt ob ich das so einigermaßen noch hinbekommen ah hier ich hab doch noch einen Baumstamm ah ja heulen hier rum zack so bauen wir erstmal hier äh verbauen wir erstmal hier wieder einen Baumstamm zack so so Eisen habe ich noch kein Eisen gesammelt ehrlich wo liegt das dort noch rum naja dann naja dann mhm aber wenn ich jetzt an den Brunnen gehe müsste ich eigentlich Teig bekommen oder oder ne gut ich esse jetzt erstmal die Insektenteile auf und danach würde ich sagen schlafen wir nochmal eine Runde in der Hoffnung dass dieser scheiß Regen dann endlich mal wieder weg ist der stört nämlich gerade schon irgendwie extrem so so und ab im Sire Battle ach ja es hat aufgehört zu regnen Gott sei Dank so zack sieht's doch gleich besser aus Feuerstein haben wir ja auch damit können wir ja schnell wieder Feuer machen und dann braten wir uns erstmal das Fleisch damit wir es endlich mal wieder essen können hier hier Ding Weizen ist auch wieder erntebereit das ist doch wunderbar habe ich den Feuerstein am Manne ne habe ich nicht wieso habe ich den Feuerstein nicht dabei hier ist er so in der Hand nehmen und so klappt das nie äh habe ich Baumrinde ha Äste habsch schauen wir mal vielleicht kriege ich es ja halt hin hoffentlich klappt das jetzt sonst nochmal ein Problem ne äh man ich hatte eigentlich zwei Baumrinde gehabt wo sind die andere hin ach die sind mal hier und nochmal komm lass es endlich klappen los oh man fuck ich brauch Essen beziehungsweise ich hab Essen noch das will ich nicht so einfach verschwenden komm lass wieder ein paar Bären gewachsen sein ah ne was ist Leute Leute ja Pilze 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 und jetzt schauen wir mal wegen dem Eisen wie mal schauen ich muss es ja jetzt erstmal nochmal mitnehmen ich brauch ja auf jeden Fall jetzt Eisen nein fuck blem halt zu nein zack guck liegt hier irgendwo Eisen rum ich brauch keine Steine ich brauch Eisen komm gib mir Eisen nein nein ja ist egal ist egal oh oh guck vier Eisen ah war doch richtig das geht nicht das geht nicht braucht viel Eisen definitiv und eigentlich keinen Kiesel schmeiß mal den Kiesel raus so nochmal vier Eisen soll uns erst mal reichen und dann schauen wir mal das meiste Moment jetzt muss ich mal kurz gucken das ist das oder so ähnlich so nicht die beiden ähm ähm so so ha Spitzhacke es hat geklappt dann wollte ich mir ganz 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 dringend einfach weil ich's weil ich damit dann ein bisschen Erträge erzielen kann und so weiter und so fort würde ich mir gern ähm ähm na ihr wisst schon eine Schaufel machen ha äh gucken ne halt ich denke das wird an hier ja ach doch guck an Axt Spaten Machete cool hätte nie gedacht dass es geht mal gucken ich habe keinen Platz mehr kein Platz mehr das kann ich nicht mehr tragen kein Platz mehr nicht genug Platz nicht genug Platz nicht genug Platz ja ja ist doch gut ja gut ich sollte jetzt trotzdem mal aufhören ich habe nicht mehr genug Platz oh ja doch gut ich sehe es ein dann räumen wir das erstmal weg und dann suchen wir nochmal mal gucken ob wir es dann finden hm hm blöd hab ich irgendwas zum Feuermachen nee hab ich nicht ähh Gucken konnte ich so irgendwas machen Kakao ha ich habe vier Steine Äste Hülle Eisen das die Beeren die Zähne das die Federn die Wolle das so dann trinken wir einen Schluck und den Spaten nehmen wir jetzt mal auf der 2 weil das Kram wird uns später das Überleben sichern sag ich mal fantastisch am Anfang natürlich noch sehr spärlich aber ihr habt ja gesehen was man dabei erreichen kann so halt dann kann ich jetzt hier den Weizen ernten das ist auch ganz wichtig dass wir hier immer mit ernten so so und wenn wir dann geerntet haben muss ich ganz dringend wieder was essen wenn da kann ich aber erstmal den Wurm essen so so dann machen wir hier auch schon mal Körner draus zack 20 Körner 5 erstmal 멸 nicht 1 1 1 2 2 1 2